So, heute gucken wir ein Filmchen mit Clint Eastwood, nicht wer, nicht alleine, die ist krank, nicht im Bett, hat sich erkältet, wahrscheinlich wegen der Klimaanlagen in den Flughäfen, ich bin dabei, hier die Filme zu überspielen, nach YouTube. Ich will nicht nach Hause fahren, ich will hier bleiben, na guck mal, wann ich Filme an, hier, und da. Ja, ich will nichts, ich will nicht. Jetzt ist es ein Foto. Und jetzt ist es ein Foto.